What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Wir spielen One Night Stand. Jawohl, ja. Eine Indie-Perle, wo du morgens neben einer nackigen Frau aufwachst und irgendwie klarkommen musst. Das Spiel soll 16 unterschiedliche Enden haben. Ich bin total gespannt drauf. Es ist noch verpackt. Ich habe es natürlich noch nicht gespielt. Wir spielen das komplett blind. Let's go. One Night Stand. Jawohl, wir schalten uns das Ganze als erstes Mal hoffentlich auf Deutsch. Französisch, nicht wirklich Deutsch. Jawohl, ja. Äh, ja. Spiel laden, ne? Wir haben kein Spiel zu laden. Wir spielen quasi frisch und neu. Jawohl, ja. Spiel starten. Um in One Night Stand zu speichern, wähle Spiel speichern aus dem Pausemenü und wähle einen Slot. Okay. Oh. Mein Kopf. Ich dachte schon. Mein Bauch. Ich fühle mich scheiße. Letzte Nacht. Letzte Nacht. Was ist passiert? Getränke. Sehr viele Getränke sind passiert. Ah. Was war das für ein Geräusch? Mein Handy. Wo ist mein Handy? Um im Raum zu suchen, bringe den Cursor mit dem linken Stick nach oben. Jawohl, ja. Kein Problem. Handy. Äh. Ja, das sieht doch so aus. Ach. Da ist es. Mhm. Psst. Sei still, Handy. Meine Nachricht von Gary. Alter, was ist mit dir letzte Nacht passiert? Boah. Gary? Was will der denn? Ach ja, richtig. Ich war gestern ja mit Gary unterwegs. Er klingt nicht gerade sehr zufrieden mit mir. Soll ich antworten? Ja, klar. Ist ja unser Buddy, ne? Na klar antworten wir. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin mit einem dröhnenden Kater aufgewacht. Und du? Oh. Mist. Mein Handy geht gleich aus. Ich nahe es besser mal auf, bevor der Akku den Geist aufgibt. Wo ist mein Ladegerät? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Mein Ladegerät muss doch hier irgendwo sein. Moment mal. Das ist gar nicht mein Nachttisch. Das ist auch gar nicht mein Zimmer. Wo bin ich? Meine Klamotten sind überall auf dem Boden verstreut. Bin ich... Ich bin komplett nackt. Äh... Wow. Wer ist sie? Warum bin ich in ihrem Bett? Haben wir miteinander geschlafen? Das muss ihr Zimmer sein. Ich hoffe, dass es ihr Zimmer ist. Aber... Wer ist sie? Gary schreibt. Du bist einfach abgehauen. Ich habe ein Date aufgegeben, um mit dir trinken zu gehen. Und du bist nach einer Runde verschwunden. Was zur Hölle? Okay. Gary hat sein Date sausen lassen. Und ich habe ihn dann sitzen lassen? Scheiße. Habe ich ihn wirklich nach nur einer Runde Drinks allein gelassen? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn Gary wüsste, in was für einer Situation ich mich befinde, könnte er vielleicht darüber lachen. Oder mir mit mehr Informationen helfen. Soll ich Gary von ihr erzählen? Natürlich nicht. Wir können doch nicht ihn sein Date aufgeben lassen und sagen, oh, by the way, ich bin gerade hier neben irgendjemandem aufgewacht. Nein, tun wir nicht. Jawohl. Vielleicht lasse ich Gary besser eine Weile auf mich wütend sein. Genau. Er wäre noch wütender, wenn du ihm sagen würdest, ich lege hier neben wem auch immer. Neben wem ich aufwache, geht ihm eh nichts an. Genau. Mist. Ich kann mich an nichts erinnern, was gestern Nacht passiert ist. Es ist alles total verschwommen. Ich erinnere mich dunkel daran, Gary allein gelassen zu haben. Aber ich habe überhaupt keinen Schimmer, wer die Frau neben mir ist und wo ich überhaupt bin. Das ist so peinlich. Das wird so peinlich werden, wenn sie aufwacht. Ach, der Kater hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Sollte, ich sollte mein Handy mal checken. Es gibt bestimmt in Fotos von gestern Nacht oder Posts bin ich verlinkt worden, oder? Vielleicht kann ich so herausfinden, was wirklich passiert ist. Oh. Mist, was machst du, Handy? Ach, komm schon. Mist, ich wusste, dass ich das OS, das Operating System, nicht hätte updaten sollen auf dieser alten Gurke. Seitdem ist es super langsam. Kollege, dein Akku war alle, oder? Oh, super. Mein Handy hat sich verabschiedet. Was soll ich jetzt tun? Was können wir denn tun? Weg sie auf, schlaf weiter, verschwinde von hier. Wir haben einen Kater, wir haben Kopfschmerzen. Was macht man da? Weiterschlafen. Ich lege mich am besten wieder zurück und warte darauf, dass der Sturm sich legt. Jawohl. Mehr Schlaf könnte ich sowieso gut gebrauchen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich will... Was zur Hölle? Hat sie gerade die Bettdecke über mich geworfen? Sie ist raus? Vielleicht ist die von der Situation überfordert. Ich bin's auf jeden Fall. Ich frage mich, ob sie möchte, dass ich verschwinde. Ne, wir gucken jetzt erstmal hier, ne? Was gibt's denn hier zu sehen? Das kann man alles nicht so, so gut erkennen, ne? Was ist das denn hier? Das ist ein Laptop. Okay. Vielleicht kann ich es verwenden, um mehr darüber herauszufinden, wer sie ist. Ja klar. Und in dem Moment kommt sie in den Raum wieder rein, oder was? Ja klar, mach auf. Eieiei. Okay, schauen wir mal. Ach, guck mal. Robin Smith. Weißt du Bescheid? Robins Profilseite ist noch offen. Sehr praktisch. Ihr Name ist Robin. Sie hat 67 Freunde. Das scheint jetzt nicht sehr viel zu sein, zumindest im Vergleich zu den meisten. After all ist das ja auch Facebook, ne? In ihrer letzten Statusmeldung steht. Oh, oh mein Gott. Ah, jemand hat dir gerade eine Nachricht geschickt. Bist du da? Hier steht, dass du online bist. Ich sollte das besser wieder schließen. Ich möchte nicht erwischt werden. Gute Idee. Tja. Okay, Robin. Das ist ein Foto. Mit einem Typenlauf. Das ist also Robin. Sie sieht jung aus. Ich hoffe, dass es ein altes Foto von ihr ist. Ich frage mich, wer der Typ neben mir ist. Sie scheint sich nah zu stehen. Richtig. Dieses Foto scheint dir viel zu bedeuten. Vielleicht soll ich sie darauf ansprechen. Mega Idee. So, was können wir hier noch machen? Teddy, was ist das? Meins? Wie hat mein Shirt den Weg bis da hochgefunden? Aha. Es stinkt nach Schweiß, Rauch und... Ach, weißt du. Eigentlich möchte ich es gar nicht wissen. Aber ich habe sowieso keine Auswahl an Shirts. Ich ziehe es mal an. Unterwäsche wäre noch gut. Welcome back. Oh, hey. Äh, was soll ich sagen? Das Gleiche. Hey. Entschuldige bitte, dass ich so aus dem Raum geflüchtet bin. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt dadurch. Na, ist schon in Ordnung. Ich war nur ein bisschen erschrocken, als ich plötzlich von der Bettdecke erdrückt wurde. Entschuldige, ich fühlte mich nicht so gut und musste dringend mal ins Bad. Ich verstehe. Ist alles okay? Ähm, ich möchte gar nicht drüber reden. Hm, okay. Oh. Alles klar. Wie ich sehe, hast du schon angefangen, dich anzuziehen. Ja, du hast ja auch was an. Ha, ja. Ja, ich bin allerdings untenrum noch nackt. Bist du schon lange wach? Nee, eigentlich nicht. Ich wurde gerade vom Brummen von meinem Handy geweckt. Ach, ich habe mich schon gefragt, was das war. Das hat mich auch aufgeweckt. Entschuldigung dafür. Ach, mach dir keine Gedanken deswegen. Ach, die Situation fühlt sich unangenehm an. Denk dir ein Gesprächsthema aus. Äh, genau. Lass uns doch über das Bild reden. Das ist bestimmt ein Ex von dir oder dein jetziger Freund. Das ist ein hübsches Bild, was du da stehen hast. Oh, du meinst das beim Spiegel? Ja. Ja, das mit dem Typen neben dir. Hm, ich frage mich, wer er ist. Ja, ihr Vater. Ist das dein Vater? Äh, nein. Das ist mein großer Bruder. Okay. Hm, er sieht deutlich älter aus. Ja, er ist auch um einiges älter als ich. Aber trotz des Altersunterschiedes ist er immer ein super Bruder gewesen. Ha, ich bin mir sicher, er wird sich total freuen, mit meinem Vater verwechselt zu werden. Äh, würde ja. Ne, leider bist du nicht der Erste, der es angenommen hat. Vielleicht hätte ich sie etwas passandes fragen sollen. Ja, was denn? Aber was? Es fühlt sich alles total peinlich an. Korrekt. Fragt nach, äh, nach ihr. Ich habe das Gefühl, ich sollte mehr über sie wissen. Genau. Aber direkt fragen? Ich denke nicht, dass sie das gut finden würde. Ähm, eine hübsche Wohnung hast du. Oh, danke. Ich teile sie mir mit meinen Mitbewohnern. Okay. Das war jetzt auch nicht sehr hilfreich. Wie geht's? Du siehst aus, als ging es dir nicht so gut. Geht's dir gut? Äh, es ist nur ein Kater. Es ist nur ein Kater. Mach dir keine Sorgen. Tja, ich bin nicht wirklich überrascht. Du hattest schon einiges getrunken, bevor ich dich letzte Nacht getroffen habe. Ach, schon einiges getrunken. Es sagte Gary nicht, ich hätte nur eine Runde gehabt. Ich mach mir einen Kaffee. Möchtest du auch irgendwas? Heh, Schmerzmittel. Ne, wir nehmen natürlich auch einen Kaffee. Joa, ein Kaffee ist sicherlich sehr gut in den Kader. Ist das okay? Klar, ich geh in die Küche und setz Wasser auf. Ich hoffe, löslicher Kaffee geht für dich in Ordnung. Wie trinkst du ihn? Schwarz wie die Nacht. Schwarz, bitte. Okay, kein Ding. Cool. Tschö. Eine Minute. Ach gut. Okay, sie ist weg. Ich muss versuchen, mich zusammenzureißen. Ich möchte nicht, dass sie rausfindet, dass ich mich nicht an sie erinnern kann. Mist, ich hoffe, ich habe sie nicht bereits total verschreckt. Quark. Voll nett war mir. Sie wirkt. Nett. Trotzdem, ich habe immer noch nicht herausgefunden, was gestern Nacht passiert ist. So, warte mal. Da haben wir jetzt gerade eben geguckt. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Äh, was ist das? Ein Stapel mit Zeitschriften. Da sind ein paar Musik- und Spielemagazine dabei. Einige der Artikel klingen total spannend. Schade, dass ich gerade keine Zeit habe, sie zu lesen. Sehr schade. Es ist ein Spiegel. Ach. Wie sehe ich aus? Ja, großartig, selbstverständlich. Ich fühle mich vielleicht scheiße, aber ich habe echt schon schlimmer ausgesehen. Genau. Sie hat ziemlich viel Zeug dran kleben. Wenn ich dich weniger lieben würde, könnte ich vielleicht mehr darüber reden. Was ist das denn? Das sind auch jede Menge Konzerttickets. Zwei von denen sind noch nicht benutzt. Ich frage mich, mit wem sie wohl plant, dahin zu gehen. Hm. Vielleicht ihren Bruder? Ach. Hier kommst du zu nix. Kaffee ist fettig. Hier. Danke. Danke. Es riecht lecker. Ha. Ich hoffe, du magst ihn stark. Es ist super. Super. Danke. Und kommst du gut klar? Ja, mega. Gut klarkommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Danke. Gut. Die Situation fühlt sich wieder unangenehm an. Ich sollte jetzt mal auf den Punkt kommen und sie zur letzten Nacht fragen. Gute Idee. Irgendwas wird sie ja wissen müssen. Ähm, das war eine wirklich ziemlich verrückte Nacht gestern, oder? Ja, fein, Ordnung. What? Weißt du, ich glaube, ich schulde dir noch ein Dankeschön. Okay. Ein Dankeschön? Mir ging es letzte Nacht ziemlich schlecht. Die Idee, mich für ein Blind Date über eine Dating App mit einem Unbekannten zu treffen, kam mir vorher auch nie in den Sinn. Eine Dating App? Haben wir uns so kennengelernt? Aber ein Freund von mir hat so seine Freundin kennengelernt. Also dachte ich, hey, ich versuche das auch mal. Es hat mich allerdings einige Überwindung gekostet, es dann auch wirklich durchzuziehen. Den richtigen Typen finden, ihn kennenzulernen und sich dann irgendwie auch noch wirklich mit ihm zu treffen. Und dann taucht er nicht einmal auf. Was für ein Arschloch. Okay, ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass ich dann nicht das Arschloch bin, von dem sie redet. Ich habe über eine Stunde allein dort warten müssen. Dann war ich eigentlich entschlossen, ins nächste Taxi zu springen und mich für die nächsten paar Tage nicht mehr aus dem Haus zu begeben. Aber dann bist du aufgetaucht. Und ich bin sehr froh darüber. Du hast gesehen, dass es mir schlecht ging, mir einen Drink gekauft und mich aufgemuntert. Ja, klasse Typ. Habe ich? Ja, du hast sehr mit mir mitgefühlt. Du hast mir geduldig zugehört, wie ich mich beschwert habe, über den Dating-App. Idioten. Dank dir ist mein Abend nicht ruiniert worden. Also ist sie gestern Abend versetzt worden. Und muss mich danach getroffen haben. Vielleicht war ich nur jemand, bei dem sie sich ausgeheult hat. Obwohl, ich bin in ihrem Bett aufgewacht. Wie auch immer, es erklärt, warum ich Gary letzte Nacht habe sitzen lassen. Zumindest ein bisschen. Auch wenn ich mich an nichts erinnern kann, über das wir gesprochen haben. Mach dir keine Sorgen. Ich freue mich, dass du dann doch einen schönen Abend hattest. Allerdings glaube ich, dass mein Kumpel Gary sauer auf mich ist, weil den habe ich sitzen lassen. Oh, das tut mir leid. Ist schon okay. Wir waren mitten in einer Kneipentour. Bin mir sicher, er wird zu verstehen. Mir war nicht bewusst, dass du mit jemand anderem unterwegs warst. Ja, ich war mit Gary unterwegs. Wir starteten in dieser Bar, die uns ein Kumpel empfohlen hat. Glaube ich. Sorry. Hä? Ähm, es ist nichts. Warte mal. Welche Bar war es denn? Oh, oh. Äh. Sie hat mich ertappt. Ich kann mich nicht erinnern. Habe keine Idee, welche Bar es war. In welcher Bar warst du? Mit deinen Freunden? The Stray Sheep Heartbeats Bar. Komm, wir sind ehrlich. Ich, äh, boah. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm. Hm. Ich habe keine Ahnung. Wow. Wie bitte? Du erinnerst dich nicht einmal mehr, in welcher Bar du mit deinen Freunden warst? Nö. Ha. Das ist die erste Bar, in der du warst. Dann kannst du dich wohl an nichts erinnern? Naja. Ja, ich erinnere mich zumindest, ich erinnere mich aber zumindest an deinen Namen. Robin. Das ist gelogen, aber egal. Damit sollte ich bei ihr ein bisschen punkten können. Nehme ich an. Aber bei allen anderen scheint deine Erinnerung verschwommen zu sein. Vielleicht kann ich helfen, deine Gedächtnislücken zu füllen. Jawohl, ja. Sehr gerne. Mach das. Das würde mir sehr helfen. Naja. Ich war in der Bar des Paradox-Nachtclubs bis kurz vor 10. Ich hatte da schon eine Weile gewartet. Paradox. Hm. Ich war schon ein bisschen beschwipst und erinnere mich vage daran, dass du mich angesprochen hast. Du wirktest noch recht nüchtern. Wir haben zusammen eine Runde getrunken und sind dann ins Gespräch gekommen. Wir haben uns dann in eine ruhige Ecke verzogen und uns näher kennengelernt. Aber im Paradox wurde es immer lauter, je später es wurde. Das war der Zeitpunkt, wo du vorgeschlagen hast, wir sollten woanders hingehen. Aber danach ist alles ziemlich verschwommen. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke. Ich glaube, dass keiner von uns beiden in einem guten Zustand war, um gute Entscheidungen zu fällen. Ja. Dann haben wir irgendwie ein Taxi genommen und sind dann wohl hier gelandet. Hm. Und dann? Ha! Was denkst du denn? Ja, das freut mich auch. Das ist jedenfalls alles, an was ich mich erinnern kann. Okay. Was dich und deine Freunde angeht, ich habe keine Ahnung, was vorher passiert ist. Kein Problem. Danke fürs Füllen meiner Gedächtnislücken. Es hat mir geholfen, aber... Das ist mir auch irgendwie etwas peinlich. Oh. Oh, jemand ist an der Tür. Eine Minute. Nice panties. Es gibt immer noch so vieles aus der letzten Nacht, an das ich mich nicht erinnern kann. Vielleicht kann ich hier im Zimmer noch weitere Anhaltspunkte finden? Sehr wahrscheinlich. Let's go. Was ist das hier alles? Der Teddy ist wahrscheinlich egal. Was ist das? Ein Film. Das ist eine DVD. Love IRL. Liebe im richtigen Leben in Real Life? Hm. Hab von dem Film noch nie was gehört. Er scheint recht neu zu sein. Ja, oder recht kacke. Dem Werbetext auf der Rückseite zufolge ist es, ist Love IRL ein Film über Zoe, eine Studentin, die sich mit einem Unbekannten anfreundet. Ach. Und verliebt. Und verliebt in Edenscape, ein Online-Multiplayer-Rollenspiel. So langsam erkenne ich ein Muster, Robin scheint Romanzen zu mögen. Der Film klingt niedlich. Der Film klingt niedlich. Wegstudent an der Uni. Da sind noch ein paar DVDs. Die kommt so schnell wieder. Ja, du kannst ja gar nicht. Äh, Entschuldigung, die Unterbrechung. Gar kein Problem. Wer war denn an der Tür? Nur der Postbote. Ich hab online ein paar Bücher bestellt. Ich frage mich, ob sie so wie sie angezogen ist, an die Tür gegangen ist. Ja, selbstverständlich. Vielleicht sollte ich versuchen, sie etwas näher kennenzulernen. Jo, wir reden mal über den niedlichen Film. Mir ist aufgefallen, dass du Love IRL geguckt hast. Oh ja, ein Freund hat ihn mir geliehen. Das ist ein richtig guter Film. Hast du ihn gesehen? Auf deinem Nachtschränkchen. Nee, aber es klingt schon so, als könnte das ein cooler Film sein. Das stimmt nicht. Ich hab gesagt niedlich, Freunde. Das ist bestimmt kein cooler Film. Ich würde gerne sehen, wie sich die Unterschiede zwischen dem realen und der Ingame-Welt zeigen. Das handhaben sie ziemlich gut, meiner Meinung nach. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Und er ist keiner dieser typischen Blockbuster. Und die Liebesgeschichte ist auch sehr süß. Und der Hauptdarsteller wirklich niedlich. Niedlich? Scheint so, als wärst du ein großer Fan. Ich muss mir den dann wohl auch mal anschauen, was dran ist. Oh, Trophäe erhalten. Coming soon. Sehr schön. Ja, das solltest du. Hör mal. Wegen letzter Nacht. Ja. Ja. Ausgehen. Ein völlig fremden Treffen. Und ihn mit hierher bringen. Nach Hause. Das ist nichts, was ich üblicherweise tue. Tatsächlich ist es so, dass ich das noch nie vorher getan habe. Robin hatte vorher noch nie ein One-Night-Stand. Hast du denn jemals schon so etwas gemacht? Nein, um Gottes Willen. Natürlich nicht. Niemals nicht einmal. Nein, hab ich nicht. Das ist beruhigend. Ja. Das macht die ganze Sache etwas weniger unangenehm für mich. Ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, ich möchte nicht, dass das hier typisch ist. Ich will sagen, du bist immer noch hier. Du hast dich nicht rausgeschlichen, bevor ich aufgewacht bin oder als ich draußen war. Ich weiß nicht genau. Du warst nett zu mir letzte Nacht. Aber ich hatte damit gerechnet, dass du gehst. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es blöd ist, dass du noch hier bist. Sie freut sich, dass ich noch hier bin. Dann muss ich wohl einen guten Eindruck bei ihr hinterlassen haben. Trotz allem. Schau mal, wir haben uns gestern nicht wirklich gut kennengelernt. Oder falls doch, erinnern wir uns zumindest nur wenig daran. Ich habe mich genug über meine Dating-Probleme ausgekotzt. Ich glaube, ich habe genug über mich geredet. Erzähl mir mal was von dir. Erzähl mir etwas über dich. Was denn zum Beispiel? Irgendwas, wenn wir uns näher kennen, kann dies vielleicht anders sein. Anders. Naja, ich weiß nicht genau. Nicht so seltsam. Ja, das denke ich auch. Was soll ich über mich erzählen? Wir erzählen etwas über unsere Hobbys. Hm, ich denke, ich starne einfach mal. Nur arg. What? Hä? Entschuldigung, bin gleich wieder... Beste Szene in dem Game. Sie ist wieder weg. Das war merkwürdig. Es schien ihr gut zu gehen, bis ich meinen Mund aufgemacht habe. Was soll ich jetzt tun? Hilf hier? Nee. Naja, wir warten. Jawohl, ja. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen umschauen. Yes. Wir haben ja immer noch nicht unsere Unterhose gefunden. Was haben wir denn hier? Das ist wahrscheinlich ihre... Uh, Rüschen. Sieht aus wie eins von Robins Höschen. Was soll ich tun? Oh, genau. Mitnehmen ist die beste Idee ever. Das lassen wir mal in Ruhe. Es könnte, ja, etwas merkwürdig sein, ihr Höschen zu nehmen. Ich lasse es mal in Ruhe. Gute Idee. Ich habe zwar meine Boxershorts noch nicht gefunden, aber das ist sicher kein Grund, ihre Unterwäsche zu klauen. Richtig. So, was ist das hier? Sockschen? Das muss ihre Socke sein. Ah, meine Unterwäsche ist da drunter. Yes. Ich frage mich, wie die auf ihrer Seite vom Bett gelandet ist. Ich ziehe sie mal an. Gute Idee. Guter Mann. Oh, da ist sie schon wieder. Hey, geht's dir gut? Eigentlich nicht. Nicht. Mir ging es plötzlich richtig schlecht. Vielleicht habe ich gestern etwas Falsches gegessen oder zu viel getrunken. Was soll ich jetzt tun? Anbieten zu gehen? Nee, wir bieten mal Hilfe an, oder? Ja. Kann ich dir etwas besorgen? Danke, aber ich glaube, ich brauche einfach nur etwas Ruhe. Okay. Bist du sicher? Ja, Entschuldigung. Ich sammle noch schnell meine restlichen Habseligkeiten auf. Schmeißt die uns gerade raus? Schmeißt die uns gerade raus? Okay, ich habe all mein Zeug. Schön. Es gibt eine Bushaltestelle. Einfach nur die Straße runter. Also sollst du von dort auch nach Hause kommen. Danke, Robin. Hör zu, ich schätze, wir hatten eine nette Zeit. Was ist denn... Hä? Hä? Was habe ich denn gemacht? Was bist du so zickisch? Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Und ich bin dankbar dafür. Ich fühle mich gerade einfach nur nicht gut. Wie soll ich antworten? Ne, wir wollen... Ich will dich wiedersehen. Okay, Robin, aber ich mag dich wirklich. Ich will nicht gehen und dich dann nie wiedersehen. Ich würde es wirklich hassen, wenn das so zwischen uns endet. Uns? Es gibt kein uns. Hä? Was ist denn da draußen gerade passiert? Wir haben uns so nett unterhalten, oder nicht? Es gibt kein uns. Schau, wie ich sagte, ich hatte eine nette Zeit. Und ich schätze, dass du nicht verschwunden bist, sobald ich aufgewacht bin. Ja, das hätte ich mal tun sollen, so wie du dich jetzt verhältst hier. Aber, hör mir zu, ich bin sicher, dass manche Menschen etwas Tiefsinnigeres in einem One-Night-Stand finden. Aber, ich nicht. Ne, du machst hier lieber mit irgendwie Tinder und so, ne? Ist klar. Ich möchte nicht, dass es so ist. Es? Bitte nimm das nicht falsch auf. Es ist nur, wir sollten getrennte Wege gehen. Richtig, so sollte es sein. Ohne weitere Bedingungen und alles. Keine Bedingungen aufgestellt. Lass uns das Ganze einfach vergessen. Super. Tschüss. Ja, ja, wieder senden. Immerhin habe ich meine Unterhose gefunden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was habe ich falsch gemacht? Robin begleitet dich zur Tür. Die Stimmung ist peinlich still. Du spürst, dass Robin unwohl ist. Du hattest gehofft, es hätte besser laufen können. Sie wirkte wirklich wie ein nettes Mädchen. Mit einem komischen Geschmack an Filmen. Bevor du Lebewohl sagen kannst, merkst du, dass sie die Tür hinter dir schon zugemacht hat. Es verärgert dich. Das war kalt von ihr. Es war unmöglich, war das. Du fragst dich, ob du ihr irgendwas bedeutet hast. Du steigst auf die Straße und machst dich auf den Weg zur Bushaltestelle. Die Übersetzung ist großartig. Ich steige auf die Straße. Ja, that's it, ne? Ich frage mich, wie das sonst hätte ausgehen können. Ja, ich mich ehrlich gesagt auch. Heading separate ways. Damit haben wir das erste Ende von, ich glaube es sind 16 Enden, freigeschaltet. Ja, getrennte Wege gehen. War nicht mein Ziel. Ich dachte, wir sind hier danach Best Friends Forever oder sowas. Keine Ahnung. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es mich gerne da unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht, und wenn ihr wollt, spielen wir dann noch eine Runde. Irgendwie müssen wir Robin noch rumkriegen. Wir sind ein total netter Typ und wissen diesmal sogar von Anfang, wo unsere Boxershorts sind. Also, wie gesagt, lasst uns gerne da unten weiter darüber sprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lario. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.